Zeit für neue Ideen. Mathe Alasapé Betebursch. Zeit für neue Ideen. Mathe Alasapé Betebursch. Willkommen in unserer Alasapé-Podcast-Serie von der Alasapé Betebursch, die heißt Zeit für neue Ideen. Wir sind heute präsent mit Marco Astanqueiro, Patrick Hutmacher und Jasmin Sabotic. Wir sind Isabella Golinska und wir sind heute Moderatorin vom Podcast. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns viel bedeutet. Und zwar ist das, wie wir die Betebursch mit Dürfe willen füllen. Moin alle, danke, dass du da hattest. Moin. Danke, dass du noch lauschtest. Gut. Da ging es so, und wir fangen direkt an. Wie man alle wissen, es ist kein Geheimnis, dass Betebursch momentan wirklich schläft. Es gibt keine Attraktionen, es gibt keine Aktivitäten für die Jungen. Wir wollen als Gemeinde dafür attraktiv machen. Wir wissen auch, dass Betebursch ganz, geografisch ganz gut leid. Und wir sollen dafür den Marktbüsch auch abspüden, sodass die uns nicht fortlaufen an die anderen Städte, respektive Stadt, Asch oder Diedling. Pat, ich adresse mich an dich. Könntest du uns vielleicht so ein, was unser Hauptgrösser Projekt ist, für Betebursch nicht mehr, lieber zu machen? Also ich denke, da haben wir uns ja klar positioniert, dass das an sich den Dürfkehre. Und da haben wir lange drüber geschafft. Schon vier und vier, fünf Jahre haben wir die erste Idee gesammelt. Wir haben noch eine Info gemacht. Und da so rauskommen, dass die Leute mehr Lebensqualität füllen. Und wir fokussieren uns hauptsächlich auf den Dürfkehre. Ja, wir hätten gerne Dürfkehre ohne Bleschlawien, wir hätten gerne attraktiven Dürfkehre, denen auch funktioniert. Und das ist an sich uns Hauptguläuers. Schön doch auch abzuhören, dass es eine Maison des Associations sollt gehen an am Dürfkehre selber. Ja, die Maison des Associations gehört an sich zu Fass 1. Und das ist das, was wir direkt machen können. Und du denkst mir um ein Jugendhaus, wo wir ein Haus wollen machen für junge Annal. Und auch für Mathe- und Assoziationen, also das hier uns Vereine zusammen. Und das können wir direkt aufhinken. Ein Haus für junge Annal-Matte-Vereine, wie gesagt. Und die Vereine wollen wir einfach unterstützen. Vereine gehen am Moment an dem administrativen Teil nicht so unterstützt, wie wir uns das vorstellen. Und mir hat das Geld, dass uns Vereine in Zukunft auch eine Möglichkeit für Stockage zu machen, dass sie Reihen kriegen, Reunionssäle, dass sie eine Möglichkeit kriegen, um ein Kopie zu machen, für einmal ein Bladen, ein DIN A3-Bladen rauszudrücken, für das Support kriegen, auch von der Gemengen, wenn sie informatische Probleme haben. Und da wollen wir den Vereinen im Südenfall entgegenkommen. Und dort am Jury und Haus, Mathe- und Mathe- und Annalen zusammen. Wo wir denken, dass da eine ganz flotte Mischung geht und auch zusammenleben fördert. Ja, absolut. Ich meine, das ist ganz wichtig, dass wir die Jungen an die Ehrl mischen und auch ein Sort von einem Sekretariat den Leuten gehen, die eventuell kein Printer haben oder so. Ganz genau. Wir haben einen Trick zu dem Durchkehr. Wie stellen wir uns das für? Also ich meine, wir wollen beim Schloss haben. Ich meine, Marco, willst du da vielleicht etwas dazu suchen? Ja, also, wir hatten ja auch schon darüber kommuniziert am Dorf und effektiv den Hauptunziehungspunkt von unserem Dorfkehr, das soll der Schlosspark gehen. Der Schlosspark, ansprechen, wenn ich ein Fehler soll, ein Verbessermer Spatz, ne? Kein Problem. Das ist immer klar. Der Schlosspark soll eine Verbindung herstellen zwischen dem Rest vom Dorf mit dem ganzen Areal rundherum der Park bis bei der Sportszaal. An dem Schlosspark wollen wir einen Marktplatz machen. Natürlich, der neue Marktplatz soll da hinzukommen. Und natürlich werden die Leute, als Kommersant, die da da macht, sind auch geschützt. Sowohl die Kommersant wie auch die Klienten werden geschützt vom ganzen Verkäuern, und sie könnten da ganz locker ihr Archiv machen. Aber nicht so lange. Also, auch nirgendwo sollen die Leute inviteriert gehen, für ihn nur während der März oder auch noch März auch noch ein bisschen Dur zu verbringen an dem Café du Parc, der soll entstehen. Das soll so ein flotter Kaffee mal in der Terrasse sein, so ein Lichtbauweis, wo du kannst den Kaffee trinken und du nur den Archiv machen, zum Beispiel. Also, so stellen wir uns das für eben für das ganze Gewicht zu halten. Also, das nehme ich schützt. Also, der Park ist nämlich immens schön. Das ist ein super Platz. Er hat eben einen schönen Schloss. Und das ist schützt, wenn sie das ungenutzt bleibt. Natürlich, wenn du nicht verbaut hast, wenn du einen Marktplatz musst, komm erst so ein kommender Material stehen, und dann ist es in unserem Fort. Das ist das ganze Bleib der Hallen und tut trotzdem eine Funktion. Ja, wie du siehst, Marco, das ist das richtige Zentrum von unserem Dorfkehr-Aß, der Schlosspark. Natürlich denken wir auch an den Fass 2, und das ist auch ein wichtiges Fass, rundherum das Sportiv-Aß, wo man auch ein Gebäude sich an das denken, wo die Gemenge erhöht. Und uns ist es doch wichtig, dass man da können Geschäfte hierkriegen, dass man das Gemenge der Tcherea hat, dass man da zum Beispiel den Bäcker, Metzler kriegen, eine Mesa Medikale und so weiter. Das ist uns ganz wichtig, dass wenn Leute an den neuen Dorfkehr kommen, sie öffnen mit dem Velo, mit dem Haus oder mit dem Auto, wenn sie mit dem Auto kommen, kriegen sie da sicher einen Parkplatz. Sie können da gemütlich da abkaufen, gehen rundherum das Zentrum Sportivo, wo dann auch ja die Gemenge dafür sucht, dass der Kommerz funktioniert. Und wie ich für Drogen so tun, am Bäcker, Metzler und so weiter, wenn wir eine vernünftige Leiche führen, da werden wir die Geschäfte auch kriegen. Und wenn wir die Geschäfte holen, da kriegen wir bestimmt auch eine Bank, eine Post. Wir können auch die Bürgerzentren da hinansetzen. Und dann kriegen wir ganz viel Leute da hinansetzen. Und dann geht das auch ganz flott. Und da können Leute, wenn sie dann auch kommen, schön gemütlich abkaufen gehen. Sie gehen da schön gemütlich. an dem Schlosspark, an dem Kaffee du Park, wo dann die Leute vom Generationsherbst kommen, also die Vereine, die Jungen an die Aal, sitzen zusammen auf der Terrasse, trinken gemütlichere Kaffee zusammen. Und da gehen sie mir zusammen. Und sie gucken dann, ob das schön Schloss, an dem Marktplatz, die dann mit flotten Stellen dann durch. Und dann auch für die Vereine kann da eventuell Manifestationen machen. und so weiter. Und so stellen wir uns den Dürfkehr für. Ja, voilà. Also ich meine, das nicht zu verstoppen, dass das absolut fehlt. Und ich meine, Jasmin, du als junger Mann, Peter Boyer, Nerzinger, wie sagst du das? Meinst du, dass das machbar ist? Respektiv, wie stellst du das für? Wer das ab ist, wo die jungen Leute auch gegen uns sehen? Ja, natürlich, ja. Also momentan sind die jungen nicht sondern ich sage, mich richtig integriert. Es fehlt einfach von den jungen Leuten und die muss man nicht integrieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie integriert man die jungen? Das ist dann eine Frau. Man muss dann, ich glaube, wirklich ein Afalle los, dann zum Beispiel mit einer Maison, der Assoziation, kann in so etwas integrieren, wo man dann die mehr Ehler hört, die mehr jungen und da können dann direkt eine Integration noch. Momentan lebt ohne so viel für die jungen. Ich meine, das wissen wir auch, ich weiß das auch selber von meinem Standpunkt. Und wir müssen etwas für sie abbauen, dass die jungen nicht fortlaufen als ein Allgemein. Wir müssen wirklich bei uns bleiben und dass wir ihnen etwas überbinden, was wichtig ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir hoffen, dass wir das in der Zukunft schaffen können. schaffen. Ja, weil das ist eben das Problem momentan. Sie laufen uns fort, sie gehen an einer Dürfer, wir sehen rundherum, dass das aber machbar ist. Wir denken, du, 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 gewalt. Und wir sind Es geht ja nicht um, die Jungen zu machen. Wir wollen eine Kommunität schaffen und wir wollen aber auch, dass man attraktiv geht zu den Kommerzen. Momentan haben wir nicht viele Kommerzen, aber viele Gebäude, die idel sind. Ich weiß nicht, Marco, ich gucke in Düsseldorf, ich meine, du warst der Beste für uns zu erklären, wie die Kremadei auf Peterbisch gelockt und wie ist das einfach umsetzbar für uns? Also geht es nicht darum, dass es um Kommerz für Kommerz geht. Wir wollen einfach Kommerz, aber uns interessiert die soziale Funktion für Kommerz der Proximität. Weil der Kommerz die Leute an und der Kommerz erlaubt, dass die Leute den sozialen Kontakt haben. Also ich finde diese schweren Punkte im Wahlprogramm, dass es gemein zu einem Hotspot der sozialen und Solidarwirtschaft zu machen, auch von der Ökonomie circulär, auch vom Handwerk. Wie wollen wir das machen? Das geht über die Wohnungsbauagent, die wir in einem anderen Podcast erklären werden, wie das funktioniert. Als Wohnungsbauagent wird dann Eidel-Kommerz-Reim versichern, eine Lokation zu holen oder zu kaufen, für die dann zu fairen Konditionen und Geschäftsleute weiter zu verläumen, die aber mit einem innovativen und nochhaltigen Projekt kommen. Natürlich, das kann ich so feststellen, dass es ein Appell an Projekten muss, es gibt immer zu beten, wo ich in der Garage-Strauss ein Geschäftsraum. Welcher Kommerz will dann noch etwas Innovatives überbinden? Und so wollen wir dann auch ein interessantes Geschäft überbinden. Nicht einfach E-Kommerz für E-Kommerz zu haben, sondern E-Kommerz, die sich noch einen sozialen Mehrwert überbinden. Genau, Annohalter. Annohalter. Genau, Marco. Und du hast ja auch eine Idee in der Phase 2 vom Dürfkehr, weil man durch die Gebäude können gerieren, wir können neue Gebäude bauen, und wir können die dann auch zu vernünftigen, wie es dir gerade gesagt hat, Preise verlohnen. Und das gibt dann auch ein Rimmenatour für uns zu simulieren, wenn man unbedingt einen Rimmen zu beten möchte. Ganz genau. Das erlaubt, also dann nochmal die Sozialfunktion, dann nochmal die vielleicht so ein bisschen urbanistische Funktion vom Kommerz, und dann nochmal die Grundversorgung von dieser Population. Okay, wir haben eine Supermarsch in der Gemeinde, aber wie willst du dann den Archiv machen, zu Hause, oder mit einem Wollofleisch, das geht vielleicht noch. Aber am besten wäre es von dem Dürfkehr, wo du wirklich kannst, zu Hause gehen, und ein paar Sachen kaufen, die du dann brauchst, da sorgt für die Mobilität aus, wo ist dann die Gemeinde gefördert. Was wir auch noch anbieten wollen, ist zum Beispiel ein permanenter Repair-Café. Also, ich glaube, die Initiative. Ja, du gehst ja schon so eine kleine Initiative, wo erst mal die Mäude oder so etwas fahren. Ja, das ist ganz alleatorisch. Genau. Aber wir wollen das permanent anbieten. Und zersuchen wir mit dem Siegel. Wir warten zusammen mit dem Siegel, aber das Siegel ist für eine soziale Initiative. Und da gibt es Leute, die Schwierigkeiten um regulären Arbeitsmarkt zu machen, die können am Siegel ankommen, sie können sich zu weiterformieren, an eine Sache legen, für ihn nur, dann können sie auf den regulären Arbeitsmarkt zu gehen. Wenn mir ein Siegel mit der Funktion beobtragen, für den Repair-Café zu machen, dann muss man eben nicht mehr Möglichkeiten gehen, für Leute zu formieren. Und besonders, ich merke nur an der Elektro- oder an der Port, wo du auflegen, zum Beispiel, das kann doch sein, ohne irgendwelchen Konkurrenz zu machen. Das geht bestimmt. Aber da hat man dann ein ganz utile soziale Offer für als Bürger, nämlich Apparate Flicken. Wir hatten dann Ressourcen geschönt und wir hatten auch noch Leute formiert. Das ist, da haben wir drei Minuten im Schlag, dafür wollen wir einen Hotspot von der sozialen Solidarwirtschaft geben. Und noch viel mehr, wie dann Upcycling, wir können noch Upcycling-Ateliers abbauen. Und zum Beispiel am Step, am Step, da kommen auch immer schon von Materprämieren und Ressourcen dahin. Da kommen alle Mühlen, die sie können auch abbauen, restaurieren, verkaufen. Also natürlich auch das mit einem sozialen Aspekt, den Aspekt von der Formation, von einem modernen Emploi oder sogar von Jungen. Du kannst dir dafür stellen, auch so Lehrplätze zu haben. Und außerdem eine Aktivität, die man an den Gemengen rausbräuchte. Du hast den Handwerk auch noch gestärkt und du hältst Wissen. Also das Wissen, das Handwerkste Wissen, hältst du an den Gemengen und du kannst auch weitergehen. Und das ist schön, weil du gesagt hast, das ist eine ganze Idee dahin, dass nicht nur eine Idee kommt und ein Dürfkämmer mit Kaffee mit uns aber und nur halt dich geht und der Sozialhalt durchgeht. Das ist eine ganz, ganz, ganz schöne Idee. Anlaufleute eigentlich froh, diese Leute herzustellen, wie einfach das, also die IDM zu setzen. Ich meine, wir haben schon gehört, dass in verschiedenen Bereichen ganz eidelstehenden Tests wäre ganz einfach da schon Kommerzen dran zu setzen oder Coworking Spaces zu schaffen, für den Trafik natürlich dann auch zu limitieren. Aber es braucht viel. Ich gehe nicht darum, wer sich traut, den traut sich. Weil ich traue mich mal, wenn man auf dem Dürfkämmer der Versehen einfach mal etwas an den Trond zu gehen. Ich meine, da haben wir ja das große Viertel des Terrain der Gemengen gehören. Ja. Und natürlich muss ein Aschurendhaus wahrscheinlich komplett erneuert gehen, das im Moment besteht, wo wir uns Generationsherst hier wollen abbauen. Und wir haben natürlich auch den Terrain für Kaffee du Park. Den Marktplatz kriegen wir erménageiert, wir kriegen noch Dittlinger Bach renaturiert. Also ich meine, mit dem Fass in wir kommen relativ schnell, mit mehr Mengen in drei Jahren sind wir da fertig. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass wir schnell vier hochkommen. Das ist unsere Bühne auch. Ich meine, ich gehe noch den Päts ganz genau recht, ist das umsetzbar. Und wir müssen noch vier kommen und noch auf den Punkt gucken, dass man das könnte nachrichten. Und weil er das wirklich später durch Leerwisch geht, das wird ganz wichtig. Also ich meine, Jasmin, du hast Erfahrung am Multisport. Ganz genau, ja. Als Vereiner brauchst du auch die Unterstützung wie du siehst, besonders die Assoziation wird dann auch so die Möglichkeit für die Projekte durchzufragen. Ja, ganz genau. Ich kann ihn in die Mathe integrieren und dann hast du wirklich viele Mathevereine, Matheine Jungen, Medienheilern, also dann hast du wirklich verschiedene Generationen in der Mathe und dem Teil schaffen und dem Projekt. Das ist das das. Genau, eine Community schaffen. und ganz genau. eine kleine Kasse können zu trinken. Ja. Ja, also effektiv, also wie einfacher ist es umzusetzen. Schon nur einfach zum Beispiel von der Maison des Assoziations, Coworking Spaces. Wenige die Maison des Assoziations benutzt von den Vereinen. Nicht von meiner Art bis nach 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 developfs nach 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 Во gut! das Wie können die Jungen von allen profitieren, wie können die Jungen von den Jungen profitieren. Und das ist ein Generationshaus zusammen mit der Maison des Assoziations, wo man da viele Generationen bei hineinkriegt und wo eng von den anderen profitiert. Zum Beispiel, unsere Jungen sind fit an den neuen Medien. Sie können jeder Person helfen, für jemanden einzigen. Auf der anderen Seite, unsere Jungen Pensionärer, respektive unsere Senioren, haben extremes Know-how. Sie können den Jungen ganz viel beibringen. Es hilft, das für ein CV zu schreiben, einen Demand zu schreiben, irgendwo schaffen zu gehen. Es hilft, das bei Garten arbeiten. Da kann ich nicht so viel für stellen. Das ist natürlich eine Herausforderung, die wir da auch gehen. Aber die Gemeinde muss das an die Hand holen und initiieren. Und das ist die Hauptidee. Und so kriegen wir das mit einer Initiativ von der Gemeinde, wo wir auf die Leute durchgehen, andere zusammenbringen, mit guten Projekten, mit participative Budgeten, wo wir zur Verfügung stellen können, für so ein Projekten zu setzen, wo die Jungen mit den Alten zusammenbringen können, etwas auszuschaffen, wo man dann noch finanziellere macht. Und ich meine, so kriegen wir das dann einen Griff. Auch, dass die kleinen Wirtschaften dann noch eine Rolle spielen, wie Nertzing, Pfennig, Hünschreng, Oberla. Aber die Leute sind noch mal integriert. Und die spielen noch eine wichtige Rolle zu dem Projekt. Ganz genau. Ganz genau. Und noch, als Idee von dem Kommerz der Proximität, das betrifft doch als Tierfahrer, wie Nertzing, Hünschreng. Du musst auch können in einem Baguette zu Voskafen gehen. Genau. Voilà. Das ist ganz wichtig. Das ist ja nicht weit. Alles ist effektiv. Man muss sich die Vereine integrieren. Das ist auch die Idee, Johan. Das ist schon noch eine ganz schöne Läschte-Frau-Gitvereine hier in der Runde. Und zwar, weil die Leute läschen uns noch, aber die Leute können sich vielleicht nicht alles so bildlich feststellen, wie wir da am Kopf haben. Und zwar ist es froh, wie oder respektiv, wo ihr seid ihr oder was macht ihr gerade? Wann da um unsere neue Dürfkette denkt? Wo seid ihr? Sitz dann zu euch? Oder könnt ihr einfach ganz frei ein Gedankele mal an den Raum geheuern? Jasmin, was willst du anfangen? Ich habe mich gut gesehen, nur bei einem Terrass. Ein gutes Glas essen. Beim guten Vierda. Das wäre so, voilà. Von dem Punkt habe ich mich gesehen. Perfekt. Tipptopp. Pat? Ja, ich finde, es ist ähnlich wie die Jasmin. Ich sehe mich auch am Café du Park. Aber nachher sehend, ich sehe mich ganz gut, wenn ich dann vom Akafe komme. Und da schön gemütlich da Kaffee trinken gehen und hoffen, dass die Leute dann auch da sind aus dem Generationshaus, wo ihnen dann das Kollege gesagt und mir gemütlich kann zum Beispiel noch etwas auf den Markt kaufen gehen. Das ist doch eine ideale Vierstellung. Und da kann ich mich ganz gut ranfahren. Ganz schön. Marco? Ich stelle mir vor, wie wir einen regionalen, guten Schaufs-Case am Markt kaufen und ein paar lokalen Gourgetten, also im Gemeinschaftsgarten. Und dabei jetzt kommen und mich auf den Terrass setzen und dann einen guten Kaffee mal trinken. Genau. Ich habe ja auch schon mein Bagat erwähnt. Ich gehe mein Bagat kaufen, ich trinke mein Kaffee auch am Kaffee am Park, also beim Schloss. Und dann sehen wir uns alle, du kannst mal putern und das ist effektiv das, was fehlt und das ist effektiv das, was man brauchen. Ich stelle mir, ich muss aber nur noch das Logo-Lass gehen und zwar, das ist wirklich Zeit für eine liebeste Dürfkarte für Beetebüsch. Vielen Dank für den Podcast. Und viel Glück ist ein. Ah, viel Glück ist ein, genau. Passt euch auf, es ist ein Leben zu nehmen. Merci. Merci. Zeit für neue Ideen Mata Alasapé Beetebüsch Zeit für neue Ideen Mata Alasapé Beetebüsch Mata Alasapé Beetebüsch Mata Alasapé Beetebüsch Vielen Dank.